Oh, Herr Kibiku. Na, wie geht's Ihnen heute? Ich bin noch ein bisschen müde, Frau Scherz. Gestern war Ihnen übel von den ganzen Klebstoffen. Ja, ja. Und die Kopfschmerzen, die ich dann hatte. Es geht schon wieder so einigermaßen. Ja, und sonst? Sie meinen hier meine Hand, hm? Ja, die meine ich. Naja, also, ich muss mich da noch ein bisschen dran gewöhnen hier. Aber wissen Sie, auf jeden Fall ist das schon mal besser, als wenn Sie mir ständig die Hand halten. Ja, das ist doch schon mal positiv. Was ist, Herr Kibiku? Frau Scherz, sagen Sie, was haben Sie sich bei dieser wilden Zusammenschusterei hier bei mir eigentlich gedacht? Ich bin nur aus Pappe. Na ja, ich habe gedacht, ich probiere das mal aus. Äh, schließlich gibt es nur ganz, ganz wenige Handpuppen, die aus Pappe sind. Sie sind da was Besonderes. Pah, was Besonderes. Von kann ich mir auch nichts kaufen. Jede vernünftige Handpuppe ist aus Schaumstoff und Plüsch. Nur ich nicht. Ich war so gern aus Schaumstoff. 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 Schaumstoff.